Kyria, Kyria, Hellei Son, Kyria, Kyria, Hellei Son. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Gott, wir danken dir für unsere evangelische Jugend und beten für sie. Denn wir brauchen ihre Fragen, so neugierig und ohne Vorbehalt. Wir brauchen ihren Glauben, so unverbraucht und voller Sehnsucht. Wir brauchen ihre Kritik, so ehrlich und widerständig. Wir brauchen ihre Ideen, so neu und zukunftsoffen. Und wir bitten dich, Gott, dass du den jungen Menschen in dieser diffusen Zeit Hoffnung schenkst. Gott, segne sie, leite ihre Gedanken und stärke ihren Glauben. Amen. Dona, nobis, passem intera. Dona, nobis, passem domine. Dona, nobis, passem intera. Dona, nobis, passem domine. 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 Dona, nobis, passem domine.